Wir waren ja über Land in Südindien, da sehe ich einen tollen Steinbruch, bin in den Steinbruch rein und habe mich gewundert, dass überall bin ich mit meinen Stiefeln praktisch in Scheiße getreten. Ich drehe mich um, steht das Dorf am Eingang des Steinbruchs, starte mich an, was macht man im Klo? An euch da draußen zu dieser neuen Folge von Bitte nicht anfassen, Museum mal anders, euer Qualitätspodcast über kleine, alternative und skurrile Museen. In jeder Folge reisen wir in ein anderes Museum, wir, das heißt Lukas und ich, abwechselnd und erzählen uns dann darüber. Und in dieser Folge ist es mal ein bisschen anders. Genau, weil wir haben nämlich einen Gast eingeladen. Hallo Manuel. Ja, hi. Danke für die Einladung. Ja, jederzeit. Denn wir haben uns mal gedacht, wir hatten überhaupt keinen Bock, in ein Museum zu gehen, weil wir gedacht haben, wir haben das jetzt so lange gemacht im vergangenen Jahr. Deswegen dachten wir, wir holen uns mal einen alten Kollegen, einen Freund mit ins Boot, der auch Erfahrung mit alternativen Museen hat. Und das heißt, Ralf, wir können uns heute, glaube ich, zurücklehnen, weil Manu wird uns hoffentlich ein tolles Museum vorstellen. Ja, für die Leute, die Manuel noch nicht kennen, mit vollem Namen heißt er Manuel Rauch, ist Journalist und tätig beim Bayerischen Rundfunk in München. Genau, das stimmt so alles. Dann würde ich mal anfangen. Ich nehme euch heute mit an einen ganz besonderen, ich würde sagen fast schnuckeligen Ort. Also als allererstes wollte ich euch mal fragen, seid ihr eher Typ Falter, Knüller oder Wickler? Falter, Knüller oder Wickler? Wickler, genau. Ist denn der Wickler? Also ich kann mir vorstellen, worum es geht. Okay. Ich glaube, ich bin eher Knüller. Was meinst du, Ralf? Also ich weiß nicht, was ein Wickler ist. Aber Falter und Knüller ist dir ein Begriff. In dem Fall. Ja, 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 ja. Du meinst ja, also es geht ums Geschäft, ne? Es geht ums große Geschäft heute in der Sendung. Das heißt, ihr solltet vielleicht nicht unbedingt essen, während ihr den Podcast hört, wird, weil jeder verbringt so von uns so ungefähr 20 Minuten am Tag auf Klo. Und meine Eingangsfrage dreht sich natürlich ums Klopapier. Es gibt Leute, die falten fein säuberlich, so Eck auf Eck. Die anderen knüllen es einfach zusammen von benutzen. Und die anderen wickeln das so um ihre Hand und ziehen es dann hinten durch. Das habe ich auch noch nie so ganz verstanden. Übrigens, da gibt es ja auch noch was. Da gibt es ja Leute, die ziehen es hinten durch und dann gibt es Leute, die ziehen es vorne durch. Hä? Ja, ja. Also vorne verstehe ich jetzt nicht ganz. Okay, also ich würde auch ganz klar sagen, ich bin Falter. Das ist tatsächlich auch die Mehrheit der Deutschen. Es gibt natürlich wie zu allem eine Studie. 70 Prozent der Deutschen falten, nur sieben Prozent knüllen. Und der ganze Rest läuft dann unter Sonstige, was auch immer das dann so im Detail heißen mag. Denn es gibt ja auch abseits von Klopapier noch Alternativen. Habe ich alles erfahren im laut Besitzer kleinsten privaten Klomuseum der Welt. Ich wollte jetzt euch mal fragen, was war denn so das kleinste Museum, das ihr bisher im Podcast hattet? Ja, ganz klar das Hosensackmuseum. Das Hosensackmuseum. Ja. Wie groß war das? 70 auf 70 Zentimeter. Ja, okay, da ist Mainz dann doch ein bisschen größer tatsächlich. Ich dachte, ich könnte es schlagen. Denn das Museum, in dem ich war, das ist gerade mal zwei Quadratmeter groß. Das steht in Bayern und zwar in Olching. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von München, also so ein paar Kilometer aus München raus. Und da wohnt in einem, ja, in einem beschaulichen Wohngebiet Hans-Joachim Gregor. Der ist 79 Jahre alt und Paläontologe. Ja, ich würde sagen, der sieht so ein bisschen aus, wie man sich jetzt vielleicht so einen ganz typischen Oberbayern vorstellt, sage ich jetzt mal. Also ganz gemütlicher Typ, kariertes Hemd, graue Haare, Brille. Bei dem war ich daheim. Kann ich kurz eine Zwischenfrage stellen, beziehungsweise eine kurze Information. Also Paläontologe ist ja ein Dinosaurierforscher, ja, wenn man es jetzt umgangssprachlich erklärt. Das ist vielleicht ein bisschen zu speziell, nur auf Dinosaurier gesehen, aber ja, kann man im Prinzip so beschreiben. Ralf, du hast ja mal Archäologie studiert. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber Archäologen beschäftigen sich ja quasi mit dem, was Menschen hinterlassen haben. Also, was weiß ich, irgendwelchen antiken Töpfe und Krüge. Und Paläontologen sind rein naturwissenschaftlich unterwegs. Also die suchen nach versteinerten Überresten und Spuren von Tieren und Pflanzen, die eventuell ausgestorben sind. Alles klar. Das ist der Hans-Joachim Gregor von Beruf, oder er war es, er ist jetzt in Pension. Ja, und das Klomuseum, das ist jetzt kein Museum, wie man sich das vielleicht klassischerweise vorstellt. Also es ist kein öffentlicher Ort, wo man einfach hingeht, sich ein Ticket kauft und dann da reingeht. Sondern es ist halt einfach die private Toilette bei Hans-Joachim Gregor in der Wohnung. Also der Raum, wo er und seine Frau ihr tägliches Geschäft verrichten. That's it, das ist das Museum. Aber das wird wirklich von denen noch als Toilette verwendet? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich jetzt nicht ganz so genau umgeguckt in der Wohnung, aber ob es noch ein zweites Klo gibt. Aber, also er hat gemeint, es ist noch in Betrieb. Wie gesagt, zwei Quadratmeter ist der Raum groß, in der Mitte die Kloschüssel, wie man das kennt. Und rundherum sind die Wände eben vollgehängt mit eingerahmten Bildern, historischen Darstellungen, Fotos aus aller Welt und eben ja, Utensilien, sage ich jetzt mal. Also da gibt es den klassischen Porzellan-Nachttopf aus Omas Zeiten, alte Zeitungen aus der Nachkriegszeit, die man damals noch oft als Klopapier verwendet hat. Historische Griffe von so alten Klospülungen, an denen man so gezogen hat. Bunt bedruckte Klopapierrollen, die Hans-Joachim Gregor irgendwo im Urlaub gekauft hat. Also es gibt sogar ein kleines Regal mit so Büchern. Das steht direkt links neben der Spülung. Und eben allerhand Zeug, da kommen wir später noch genauer zu, über das man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt denken würde, dass das jetzt ins Klomuseum gehört. Wer Interesse hat und das Museum besichtigen will, der muss sich also vorher bei Hans-Joachim Gregor anmelden. Oder man wartet einfach auf den Welt-Toiletten-Tag. Der ist immer am 19. November. Und da sperrt er eben jedes Jahr seine Klotür für Besucherinnen und Besucher auf. Fünf Personen gehen maximal gleichzeitig in den Raum rein, hat er gesagt. Wobei ich sagen muss, also ich fand es schon allein mit Hans-Joachim Gregor da drin relativ eng. Also wenn man zu fünft da drin steht, ich glaube, da kann man sich dann nicht mehr so richtig bewegen. Jetzt ist es so, Hans-Joachim Gregor ist in seiner aktiven Zeit als Paläontologe weit rumgekommen. Also ich habe es ja schon erklärt, was ein Paläontologe macht. Der war auf vielen Ausgrabungen und man merkt auch einfach, dass er das mit Leib und Seele gemacht hat. Also der hat als Kind einen Artikel über Dinosaurier gelesen und wusste eben ab da, das will ich mal studieren. Vor 20 Jahren, da ist in Bayern ein Urelefant ausgegraben worden, der sogenannte Augsburger Urelefant. Der hat für große Schlagzeilen damals gesorgt. 15 Millionen Jahre alt sind die Knochen und es ist weltweit das bisher vollständigste Skelett von so einem Urelefanten dieser Art. Und gefunden hat dieses Skelett eben Hans-Joachim Gregor und zwar quasi ganz per Zufall, als er auf einer Kiesgrube unterwegs war. Also das nur mal so nebenbei. Der ist Paläontologe mit Leib und Seele. Und deshalb war der eben auch gefühlt schon überall auf der Welt auch und halt gerade vor allem an Orten, wo es halt nicht so viel Zivilisation gibt. Und einmal war er, das war 1979, also mittlerweile mehr als 40 Jahre her, da war er auf einer Sahara-Expedition und da ist ihm was aufgefallen. Und hier kommt Ton 1. Am Abend saß ich mit den ägyptischen Kollegen zusammen beim Abendessen und dann haben die die Konservendosen genommen, die Ägypter, und sind dann in der Dunkelheit verschwunden, kamen wieder ohne Konservendosen. Da frage ich, was tut ihr mit diesen Konservendosen? Ja, abputzen. Wir nehmen das zum Abschaben. Und da wurde mir erstmal klar, wir haben Toilettenpapier, aber das ist ja eine völlig andere Kultur. Die kratzen das ab und fühlen sich dann wohler. Aua. Hä, was haben die für, also entweder haben die ganz andere Konservendosen oder wie machen die das? Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Manuel, dann benutzen die die Dosen ja nicht, um da rein zu machen, sondern um sich damit sauber zu machen hintenrum. Ganz genau, also die kratzen quasi die Überreste, die dann noch dran kleben, einfach ab mit dem Rand von der Konservendose. Die schleifen das oder hobeln das irgendwie noch ab, dass es nicht ganz so scharf ist. Ich glaube, das hat er noch irgendwie gesagt. Aber genau, wie du es gesagt hast, also die Reste fallen dann quasi in die Dose. Mhm. Ja, spannend. Ich will es nicht ausprobieren. Du willst es nicht ausprobieren? Nee. Ja, also ich glaube auch, es ist nicht so angenehm unbedingt, wenn man das schöne Toilettenpapier gewohnt ist, wie wir heutzutage. Ah, ich würde es schon ausprobieren. Ja, das kannst du ja jederzeit machen. Dann kaufst du eine Konservendose und dann go for it. Ja, die müsste ich auch abgreifen, weil also anders ist es zu gefährlich. Das ist die Bitte-nicht-anfassen-Selbst-Test-Ralf-Fürschinger geht in den Wald. Das hören wir dann in der nächsten Folge, wie es ausgegangen ist. Genau. Ja, es ist tatsächlich so, nach der Tradition haben die Ägypter da in der Sahara sich früher mit Muscheln aus dem Mittelmeer abgeputzt. Das sind ja auch so kleine Näpfchen, die man dafür ganz gut verwenden kann. Und irgendwann sind sie dann eben auf Konservendosen übergegangen. Das geht natürlich, da geht natürlich ein bisschen mehr rein. Und es ist auch so, tatsächlich sollte man in der Wüste auch kein Klopapier verwenden, denn der nächste Wüstenfuchs gräbt es dann natürlich wieder aus und dann flattert es da rum. Also das ist eben der Hintergrund von den Konservendosen. Und dieses Erlebnis, das war der Start von allem, von diesem nischigen Hobby von Hans-Joachim Gregor. Und deshalb hat er natürlich so eine Konservendose auch bei sich im Museum hängen. Also eine unbenutzte natürlich. Also das ist klar. Man muss sagen, es ist blitzeblank da bei ihm auf der Toilette. Also da kann man alles auch anfassen, auch wenn euer Podcast anders heißt. Aber man muss sich jetzt nicht ekeln vor den Sachen, die da irgendwo ausgestellt sind. Und grundsätzlich muss man auch sagen, es ist super, dass Hans-Joachim Gregor da ist, wenn man in dem Raum steht. Weil sonst würde man als Laie die ganzen Bilder und Gegenstände auch nicht wirklich verstehen. Also es lebt einfach davon, dass der einem einfach das erzählt. Und es ist großartig, dem zuzuhören, weil der weiß einfach so viele kuriose Geschichten und erzählt die einfach sehr spannend. Was mir zum Beispiel auch sofort ins Auge gestochen ist, da hängt ein ausgestopfter Gänsehals an der Wand. Was glaubt ihr, warum? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ein ausgestopfter Gänsehals? Genau. Also so ein weißer Gänsehals. Na, ich könnte mir vorstellen, dass das zum Reinigen ist, so eine Art Klobürste. Das ist eine gute Idee, ja. Ja, da seid ihr schon ganz gut. Also dazu müsst ihr euch jetzt mal ganz kurz vorstellen. Wir reisen ins späte 17. Jahrhundert zurück, nach Russland, an den Hof von Zar Peter dem Großen. So, und was macht jetzt so ein Zar, wenn er sein großes Geschäft erledigt hat? Das gute Vierlagige gab es noch nicht. Der Peter gönnt sich einfach mal so einen frisch geschlachteten Gänsehals. Boah. Ton zwei. Also es gibt sogar einen Ton dazu. Das ist doch schön weich, die können das ruhig ranlangen. Für Kinder ist das eine Erfahrung. Das ist nämlich, ich habe einen guten Bekannten, der war Präparator, der hat mir eine Gänsehals besorgt. Ist ausgestopft. Und der wurde, hat der Zar zum Abputzen verwendet. Richtig, richtig. Ist ja schön weich. Und da hat er regelmäßig einfach die Gänse dafür schlacht, oder? Richtig, richtig. Ja gut, ich meine, der hatte natürlich seine Leute dafür und hat sich halt da dann seine Gänsehälse geholt. Und die waren ja wahrscheinlich noch blutig. Aber gut, Zar Peter war nicht gerade zimperlich. Well, wieso nicht? Ich meine, die Viecher sind ja wahrscheinlich sowieso gestorben. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Hof von Zar Peter dem Großen wahrscheinlich etliche Gänse pro Tag vertilgt hat. Ja, aber was hat der dann mit den Hälsen gemacht? Die sind ja wahrscheinlich, also die mussten ja irgendwo entsorgt werden. Naja, dann hat er sie halt verbrannt. Ja, oder in den Hof geschmissen, ich weiß nicht. Aber ich denke auch, es war natürlich so, dass die die Gänse wahrscheinlich eh geschlachtet haben, allein zum Essen. Und den Hals isst man ja nicht, soweit ich weiß. Doch, doch, den isst man. Ach, kann man den auch essen, ja? Okay, ja gut, dann ist es natürlich noch umso dekadenter, wenn man den auch hätte essen können. Es ist auch schön, tatsächlich, wie Hans-Joachim Gregor gemeint hat, es ist schön zum Streicheln. Es fühlt sich gut an. Ich kann mir das schon vorstellen, eher als die Konservendose. Also es ist total spannend. Übrigens auch folgende Geschichte. Ich weiß nicht, seid ihr halbwegs bibelfest? Immer. Ja, loko. Immer. Das habe ich von euch nicht anders erwartet. Dann klappen wir jetzt mal alle ganz kurz unsere Bibeln auf, die wir natürlich immer alle dabei haben. Ihr kennt alle die Kreuzigung Christi. Schon mal gehört, ja. Habt ihr schon mal gehört. Haben wir tausendmal auf Bildern gesehen und vielleicht erinnert ihr euch aus dem Rallye-Unterricht im Johannes-Evangelium. Das habe ich extra nochmal nachgeschlagen. Da sagt Jesus, wenn er am Kreuz hängt und schon im Sterben ist, da sagt er, mich dürstet. So. Das sind so fast die letzten Worte von Jesus. Und direkt der nächste Satz, also nach dieser Aussage von ihm im Johannes-Evangelium lautet folgendermaßen. Ich lese euch das mal kurz vor. Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen Isop-Zweig und hielten ihn an seinen Mund. Und so, das ist auf manchen Darstellungen aus dem Mittelalter auch zu sehen, wie ein Soldat so einen in Essig getränkten Schwamm, den Jesus da an einem Stock ans Kreuz hält. Jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum ich euch das erzähle. Hat jetzt mit unserem Clothema erstmal nicht so wahnsinnig viel zu tun. Da kommen wir noch gleich genauer dazu. Aber könnt ihr diese Szene irgendwie interpretieren? Was soll dieser Schwamm? Naja, also jetzt mal, er ist ja als Wehrverbrecher aufgehangen worden. Dann, jetzt mal könnte man sagen, dass es quasi noch eine zusätzliche Demütigung ist, wenn man quasi ihm einen Schwamm mit Essig gibt, der sonst eigentlich zum Arscherputzen gedacht war. Das ist tatsächlich komplett richtig, ja. Also es ist natürlich erstmal schon eine reine Demütigung. Jesus sagt, er hat Durst und die geben dem Essig. Das kann man ja nicht trinken. Das macht alles noch viel schlimmer. Also das ist schon mal Beleidigung genug. Es wird aber eben noch krasser, diese Geste, wenn wir uns mal anschauen, für was die Römer in der Antike eben solche Schwämme benutzt haben. Und auch die hatten natürlich kein Klopapier. Aber wir wissen ja, die alten Römer waren trotzdem sehr reinlich. Also es gab ja schon öffentliche Badehäuser zum Beispiel. Also Sauberkeit war denen schon wichtig. Und deshalb haben sie natürlich schon abgeputzt. Und zwar mit einem sogenannten Xylospongium. Leitet sich aus dem Altgriechischen ab. Xylon, wie in Xylophon, also Holz. Und Spongos, da denkt man Spongebob, klar, der Schwamm. Das ist jetzt ein Holzstock und obendrauf steckt eben ein Schwamm. Damit hat man sich den Allerwertesten abgewischt. Und inschriftlich überliefert ist es auf einem Fresko. Und zwar schon in den Thermen der sieben Weisen in Ostia. Das ist eine Hafenstadt, war das im antiken Rom. Und auf dem Fresko steht schon im zweiten Jahrhundert der Hinweis Utaris Xylospongio. Also auf Deutsch benutzt diesen Stab. Aber jetzt habe ich eine Frage. Woraus bestand denn zu dieser Zeit der Schwamm? Naja, ich vermute, das waren schon echte Schwämme aus dem Meer. Also schon, okay. Also würde ich schon sagen. Die hatten ja noch keine Kunststoffschwämme, wie wir das heute zum Putzen haben. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. So rein aus Intuition. Genau. Jetzt ist es nicht ganz sicher, dass es tatsächlich zum Abwischen gedacht war. Es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, nee, diese Schwämme auf Stöcken hat man eher zum Putzen der Latrinen verwendet. Also das gleiche Prinzip wie heute eben eine Klobürste. Aber so oder so ist es natürlich eine krasse Beleidigung, wenn der römische Soldat Jesus da so einen Kloschwamm hinhält. Natürlich hängt auch so ein Schwamm im Klo-Museum bei Hans-Joachim Gregor daheim. Und er kann auch einiges zu den alten Römern sagen. Auch da kann man wieder sagen, die waren relativ weit. Die hatten ja diese Latrinen. Da saßen meistens so um die 20 RömerInnen, kann man hier sagen. Denn eine Geschlechtertrennung gab es damals nicht auf dem Klo. Also die saßen da gemütlich, Po an Po. Da gab es auch keine Trennwände dazwischen oder so. Es gab sogar richtig große Latrinen, wo bis zu 80 Leute sitzen konnten. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber das war einfach so ein richtiges Get-Together, also ein sozialer Treffpunkt wie in der Kneipe, wo man geratscht hat, da wurde gefeilscht, da wurde gehandelt. Und tatsächlich vermutet man, dass daher auch die Redewendung kommt, sein Geschäft verrichten. Und man muss auch sagen, das war eine ziemlich luxuriöse Angelegenheit. Es standen eben diese Stöcke mit den Schwämmen bereit. Man saß auf Marmorsitzen. Es gab eine Fußbodenheizung und tatsächlich auch schon eine Wasserspülung. Also die Sitze waren direkt über Wassergraben gebaut, durch die eben ständig laufend Wasser geflossen ist. Und das heißt, die Fäkalien wurden sofort weggespült. Und dann eben weiter in die Cloaca Maxima, das war dieser große Abwasserkanal. Und trotzdem muss man aber sagen, aus heutiger Sicht so wirklich hygienisch war das Ganze natürlich auch nicht. Also Forscher gehen da inzwischen auch davon aus, dass diese Latrinen regelrechte Keimschleudern waren und auch für viele Krankheiten damals schon verantwortlich waren. Ergebt Sinn, ne? Also ich denke, das ist nicht so überraschend, ja. Was es auch gab, es gab sogenannte Urin-Latrinen. Das waren im Prinzip einfach so eine Art Vasen, die auf den Straßen standen und in die man halt reingepinkelt hat. Das war im Prinzip eine ganz frühe Form von Recycling, denn der Urin, der wurde nicht weggeschüttet, der wurde da drin einfach gesammelt. Und zwar könnt ihr euch vorstellen, für was? Dünger. Ja, das wäre eher das größere Geschäft, glaube ich. Ah, ich glaube, ich weiß es. Oder Ralf, sag du? Nee, nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann es sein, dass es für die Lederherstellung verwendet wurde, zum Gerben? Richtig gut, tatsächlich. Also für Gerbereien und für Wäschereien tatsächlich. Die konnten den Urin gut gebrauchen, um Leder zu gerben. Das Ammoniak, nämlich das da drin ist, hilft da. Und auch, um Flecken aus der Kleidung zu entfernen, haben die das in Wäschereien auch benutzt. Ich weiß nicht, ob das hilft, ob das ein Haushaltstipp ist, ob das ein Lifehack ist, den man heute noch verwenden kann. Das müsste man auch mal ausprobieren. Aber die konnten auf jeden Fall mit dem Urin schon was anfangen. Und jetzt gab es den Kaiser Vespasian. Der war so um 70 nach Christus, römischer Kaiser. Und der hat jetzt auf diese öffentlichen Pinkellatrinen eine Steuer eingeführt. Man sollte also zahlen dafür, dass man in diese Vasen reinpinkeln kann. Darüber wiederum hat sich sein Sohn der Überlieferung nach aufgeregt. Das war Titus. Und daraufhin hat ihm Vespasian eine Münze aus den Steuereinnahmen unter die Nase gehalten und ihn gefragt, ob ihn jetzt der Geruch irgendwie stört. Und da sagt Titus natürlich, nee, weil es ist ja Geld. Und sein Vater antwortet, tja, und doch ist es Urin. Und daher kommt dieser Spruch, den man heute noch verwendet, Pecunia non olet, Geld stinkt nicht. Ah, wieder was gelernt. Also der Vespasian wusste schon recht früh, wie man Scheiße oder in dem Fall Pisse zu Geld macht, würde ich mal sagen. Später im Mittelalter sah es dann wiederum ganz anders aus. Da war von dieser ganzen gehobenen Klo-Kultur dann halt nicht mehr viel übrig. Wie man da so aufs Klo gegangen ist, das hing halt stark davon ab, zu welchem Stand du gehört hast. Also die einfachen Bauern, die haben halt einfach aufs Feld gekackt. Das ist ja klar, das stört ja niemand. In der Stadt war es schon komplizierter. Da sagen jetzt immer viele, die haben einfach alle wild auf die Straße gemacht. Aber ganz so war es halt wohl doch nicht. Also das war wohl schon auch verboten in den Städten, allein schon wegen dem Gestank. Die besseren Patrizierhäuser jetzt, die hatten sogenannte Abort-Erker. Also das gab es auch an Burgen öfter mal. Also so ein Vorbau, der am Haus so raussteht, gerade so breit, dass ich da in eine Person reinsetzen kann. Und da drin war halt ein Holzbrett mit Loch, also ein Plumpsklo im Prinzip. Und das fiel dann halt alles durch den Latrinen-Schacht nach unten. Oft war das über einem Stadtbach gebaut oder über einer Grube, die Sickergrube. In manchen Städten waren auch zwischen den Häuserblocks extra so kleine Gassen, auf die das dann eben von oben, vom Abort-Erker eben alles runtergefallen ist. Und es blieb da dann halt alles liegen und hat natürlich auch bestialisch gestunken. Aber es war halt nicht direkt auf der öffentlichen Straße, wo alle vorbeigegangen sind. Und deswegen hat man dann auch immer wieder mal den sogenannten Vasenmeister gerufen. Das war oft tatsächlich der gleiche Typ, der auch der Henker in der Stadt war. Also der hat wirklich alle Scheißjobs gemacht. Und der hat es dann halt alles aus den Gassen rausgeschaufelt und auf den Wagen und dann halt einfach vor die Tore der Stadt gefahren. Und für die einfachen Leute, die jetzt nicht in Patrizierhäusern mit so einem Erker gewohnt haben, für die blieb halt einfach nur der Nachttopf. Also den hat man dann einfach im Stadtbach oder im Graben eben irgendwo entleert. Das Problem war halt auch da einfach, was flüssig ist, sickert halt nach unten einfach durch. Und da sind dann halt sämtliche Bakterien ins Grundwasser gesickert und konnten sich halt so die übelsten Krankheiten ausbreiten. Hier ist der Latrinenschacht und ein paar Meter daneben steht der Hausbrunnen. Aus heutiger Sicht können wir schon sagen, ist relativ klar, dass es nicht gesund sein kann. Ja, auch mal wieder einer der großen Vorteile, nicht im Mittelalter in Zentraleuropa gelebt zu haben, glaube ich. Aber hat man dann im Mittelalter auch diese Schwämme benutzt, um sich da sauber zu machen? Oder wann kam dann das Klopapier? Also im Mittelalter, das hat mir der Hans-Joachim Gregor gesagt, da haben viele einfach Stroh benutzt. Also gerade die einfacheren Leute, Stroh gab es zuhauf, auf dem Land natürlich auch. Deswegen hat er tatsächlich auch so ein Bündel Stroh ausgestellt, symbolisch, weil das wohl das Mittel der Wahl war im Mittelalter für die meisten Leute. Skurril fand ich auch, er hat da so ein mittelalterliches Bild und da sieht man zwei Mönche im Kloster auf dem Nachttopf, denn die durften tatsächlich auch nie allein aufs Klo gehen, wegen der Versuchung. Was weiß ich, was da passieren kann hinter der Klotür. Also musste da immer jemand mit. Habt ihr eine Ahnung, wie sich damals die Mönche so den Hintern abgeputzt haben? Vielleicht haben die ja Wasser verwendet. Ja, das wäre schon ziemlich... Das wäre wirklich nie in Europa durchgesetzt, dass Leute einen Hintern mit Wasser sauber machen. Bis heute ja irgendwie nicht. Da auf die Idee ist man, glaube ich, auch noch nicht so richtig gekommen. Also der Hans-Joachim Gregor sagt halt immer, man hat halt das genommen, was da war. Klar, die Mönche hatten natürlich was. Er hat es mir gezeigt. Ton 3. Hier sind ja die Kordeln von den Mönchen. Also können Sie das nochmal kurz erklären? Die Kordeln sind ja um die Kutte rum. Um die Kutte rum und wenn er aufs Klo gegangen ist, dann hat er die Kordel weggemacht und hat die durch die Buchspalte gezogen. Ja, das stelle ich mir weniger angenehm vor. Ist völlig klar. Und es gibt also Literaturstellen dazu. Und die hatten halt nichts anderes, außer Stroh natürlich. Das konnte man auch verwenden. Aber jeder hatte da andere Vorstellungen. Und dann musste man es halt immer wieder waschen. Ja, die hatten natürlich draußen Brunnendroh, war also kein Problem. Was haltet ihr von der Methode? Also Moment, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Die haben ja immerhin das Gewand an, ihre Kutte. Ich glaube, das nennt man Habit. Und das ist ja bei vielen so, dass die Kordeln außenrum haben. Und die gehen dann unten runter. Also die baumeln dann so über den Beinen. Und die haben die genommen und sich durch die Arschritze durchgezogen. Und damit... Sagt Hans-Joachim Gregor. Das muss wohl auch in Überlieferungen zum Teil so irgendwo stehen. Hygienisch ist es, glaube ich, auch nicht. Ja, da würde ich auch eher Stroh nehmen, ne? Ja, aber... Ja, sonst musst du ja jedes Mal, musst du ja sonst diese Kordel wieder waschen. Ich glaube, das haben die nicht jedes Mal gewaschen. Das ist ja umso schlimmer. Aber wenn du halt nichts mitnimmst aufs Klo, womit willst du es machen? Das war halt zur Hand. Also ganz pragmatisch. Ähnliches Prinzip übrigens auch auf hoher See. Die Seemänner auf Segelschiffen haben es ganz ähnlich gemacht. Da gab es eine kleine Luke. Da konnte man sich raushängen und hat dann sein Geschäft verrichtet. Und dann hat man einen Tampen, das sind diese ganz dicken Taue, Meter lang etwa, raufgeholt an einer dünneren Schnur, hat sich mit dem Seewasser gedrängten Tampen gereinigt, hat ihn wieder reingeschmissen ins Meer. Der fuhr dann neben dem Schiff her. Und der Nächste konnte das wieder verwenden. War ja nicht so arg hygienisch natürlich. Aber Hygiene hat da nicht interessiert. Ach, finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung. Ich wollte gerade sagen, es ist doch schlauer als das mit der Mönchskordel. Vor allem, weil es ist doch die ganze Zeit im Salzwasser. Und jetzt mal eine blöde Frage, aber ich dachte, dass Salzwasser desinfiziert und Keime abtötet. Ja, also wahrscheinlich war es besser als das, was die Mönche gemacht haben. Wenn ich so drüber nachdenke, hast du wahrscheinlich recht. Das Einzige ist natürlich, dass jeder Mönch seine eigene Kordel hatte und sich natürlich die Seemänner eine geteilt haben. Die Seemänner, die haben dann einen Abschnitt vom Tau verwendet, oder? Genau. Naja, dann ist ja sowieso die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass unterschiedlich Abschnitte verwendet werden. Das ist halt natürlich auch, so eine Kordel ist natürlich auch dünner als so ein Schiffstampen da. Also die sind ja schon echt fett. Also, ob das so angenehm ist … Hast du auch eins gesehen im Museum? Ja, ja, genau. Da hängt auch eins. Was ich auch ganz krass finde, in Paris, das Schloss Versailles, der vornehme Königshof vom Sonnenkönig, Ludwig XIV. Da gab es mehr als 200 Appartements, tausende Höflinge haben da gewohnt. Aber es gab halt einfach so gut wie keine Klos. Also, die ganzen Bewohner und Bediensteten haben halt wahrscheinlich einfach auf die Gänge gemacht, hinterm Vorhang oder hinter die Statue. Und auch da muss es übelst gestunken haben auf Schloss Versailles. Das denkt man nicht, wenn man da so durchläuft. Aber das muss alles andere als schön gar gewesen sein. Und man hat das halt einfach mit Parfüm übertüncht. Das hatten wir aber auch schon ein paar Mal in diesem Podcast, dass wir auf französischen Absolutismus eingegangen sind und dass es da auch immer relativ schwierig war. Lässt sich immer viel irgendwie auf Versailles und Absolutismus zurück. Es läuft immer auf die gleichen Sachen aus, sehe ich schon. Ja, das ist echt interessant. Ich habe da auch so ein Radiofeature oder einen Radiobeitrag vor einiger Zeit gehört über Ludwig den 14. Kam das mit dem Klo auch vor? Nee, das mit dem Klo nicht, aber dass der selber auch so stark aus dem Mund gerochen haben muss. Ja. Weil der irgendwie Mundfeule und alles Mögliche hatte. Noch irgendwie, ich glaube, am After auch irgendwelche Eczeme oder keine Ahnung was. Ja, ich glaube, er ist auch an so einem Eczem am Hintern tatsächlich gestorben. Letztendlich auch, hat man dann, glaube ich, später herausgefunden. Meine, ich hätte ich gelesen. Aber der König selber, also Ludwig der 14., der soll wohl tatsächlich ein Klo gehabt haben. Und von seinem Urenkel Ludwig dem 15., da hängt auch ein Bild bei Hans-Joachim Gregor im Klo-Museum, der soll nämlich seine Gesandten dann sogar mal ganz gern auf dem Klo, also auf der Schüssel empfangen haben tatsächlich, um mit denen zu sprechen. Der hat sich übrigens mit Watte abgewischt. Deswegen hängt im Museum neben dem Bild auch so ein Ast von so einem Baumwollstrauch, wo man dann eben die Watte abgenommen hat. Ganz schön viel Zeug auf zwei über drei Meter. Ja, das ist, das muss man gesehen haben tatsächlich. Es ist sehr dicht. Ich finde es aber schon mal als Konzept irgendwie ziemlich cool, weil man, ich glaube, das kann man echt gut nachvollziehen, weil es ja letztlich irgendwie alles fast schon Alltagsgegenstände sind, die es ja heute immer noch gibt, die nur halt damals anders genutzt wurden. Und das ist doch total spannend. Absolut. Wenn man da mal sitzt auf diesem Klo bei Hans-Joachim Gregor und eine längere Sitzung hat, da wird es einem auf jeden Fall nicht langweilig. Da sieht man ganz schön vieles. Öffentliche Klos auf der Straße gab es damals noch nicht so wirklich. Wobei, ja, es gab so eine Art mobile Dixi-Klos, wenn man das so sagen kann. Also es waren aber keine Häuschen, sondern Menschen. Das ist zum Beispiel aus Edinburgh in Schottland so bekannt. Da sollen auf der Straße Männer und Frauen mit langen Umhängen rumgestanden sein. Und die sollen Passanten angeboten haben, mal eben unter den Mantel zu schlüpfen. Darunter stand ein Eimer. Und die, die das in Anspruch genommen haben, konnten dann eben abgeschottet von der Augen der Öffentlichkeit zumindest pinkeln. Weiß man, warum es diesen Übergang gab zwischen öffentlich auf Klo gehen bei den Römern und dann dieses sich dafür schämen später? Das ist tatsächlich ganz schwierig. Ich weiß auch nicht, ob da der Übergang schon so war, weil viele haben natürlich im Mittelalter wohl schon auch, also die kannten jetzt da, glaube ich, noch nicht so die Hemmungen auch mal auf die Straße zu machen. Also wie gesagt, es war wohl in vielen Städten verboten, aber es wurde halt trotzdem auch gemacht. Wann da dann genau der Übergang war, ist, glaube ich, schwer zu sagen. Ja, weil normalerweise haben ja solche gesellschaftlichen Entwicklungen ganz häufig mit der Ausbreitung des Christentums zu tun. Also unser Verständnis von Sexualität ist ja zum Beispiel bis heute noch total krass durch christliche oder katholische oder kirchliche Entwicklungen geprägt. Und vielleicht ist das ja bei der Schambehaftung beim Aufs Klo gehen ähnlich, aber das ist jetzt so eine Vermutung. Kann ich mir schon auch gut vorstellen, weil zumindest seit dem Mittelalter gab es dann auf einmal zumindest nicht mehr diese großen Kloanlagen, wo man einfach direkt nebeneinander saß. Also da hat sich ja schon viel verändert. Die Römer kannten da wohl anscheinend gar nichts. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht mit diesem Reinsein zu tun hat. Also irgendwie, keine Ahnung, Maria, die reine Jungfrau, Christentum, reine Religion, vielleicht hat es dann einfach nicht so das Konzept gepasst. Aber es ist eine Mutmaßung, müssten wir mal recherchieren. Ja, genau. Und dann hat sich das halt langsam entwickelt, so ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und dann Anfang des 20. Jahrhunderts. Da kommen dann halt so die ersten Kanalisationen auf. Also da checkt man dann halt so langsam, dass sich Krankheiten auch über Bakterien ausbreiten. Und in München zum Beispiel hat Max von Pettenkofer, den Namen kennt man so ein bisschen, weil es auch eine Pettenkoferstraße gibt in München. Das war ein Mediziner und der hat im 19. Jahrhundert ein unterirdisches Kanalnetz bauen lassen. Und München, das war davor so als Typhusnest verschrien, wurde da so dann tatsächlich zum Hygienevorreiter. Also dem hat man damals ziemlich viel zu verdanken gehabt. Und dann natürlich Ende des 19. Jahrhunderts verbreitet sich dann endlich eine richtig gute Erfindung, nämlich das Klopapier. Das vermutlich dann auch. Mit einer Spülung halt, oder? Genau, die Toilette mit der Wasserspülung, das Water Closet, das ist eine englische Erfindung tatsächlich, bizarrerweise viel älter als man denkt. Nämlich hat es der Dichter Sir John Harrington erfunden und zwar schon im Jahr 1596. Aber irgendwie hat es damals niemand so richtig gecheckt. Es gab auch noch keine Kanalisation und so hat man dann erst 200 Jahre später, hat dann Alexander Cummings das Patent für genau so ein Wasserklo angemeldet. Dem haben wir übrigens auch das gekrümmte Abflussrohr zu verdanken, also das Siphon, wie man das auch heute noch verwendet. Einfach aus dem Grund, damit es nicht stinkt. Also 1775 wurde dieses Patent für das Wasserklo angemeldet und dann ging es aber nochmal fast 100 Jahre, bis man dann in England zuerst solche Toiletten auch in Häuser einfach eingebaut hat. Eben dann so Ende des 19. Jahrhunderts kam dann die Erfindung so langsam auch nach Deutschland und so hat es sich langsam ausgebreitet. Wenn man sich überlegt, man ist jetzt so in einer Großstadt, wobei ich glaube Großstädte im 19. Jahrhundert wird es nicht so viele hier gegeben haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die großen Städte vielleicht so Köln, Hamburg, Frankfurt, irgendwie sowas in der Richtung waren. Ich bin mir vor, dass da, keine Ahnung, vielleicht 200.000, 300.000 Menschen wohnen und da gibt es keine Klospülung. Irre. Das habe ich mir eben auch gedacht. Also vom Mittelalter bis bis zum 19. Jahrhundert haben die das irgendwie so gemacht. Also das ist schon erstaunlich. Ja, weil du sagst, bis zum 19. Jahrhundert hat es gedauert. Tatsächlich war es auch noch im 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhundert auf dem Land oft so, dass die Leute wirklich noch in Nachttöpfe gemacht haben. Also auch da war es noch nicht so der Standard, wie es heute ist, dass es einfach selbstverständlich ist tatsächlich. Du, das Haus von meiner verstorbenen Großtante, das ist glaube ich gebaut 1928 und das hatte ursprünglich nur ein Plumpsklo, was dann eine Jauchikrube hatte. Und ich bin mir sehr sicher, dass das Klo erst irgendwann später in den 50er, 60er Jahren im Nachhinein reingebaut wurde. Ja, es war dann so ein klassisches Plumpsklo, so ein Häuschen, das außen steht mit so einem Herz. Ja, wirklich mit einem Herz. Bist du reingegangen und hast dann quasi so einen Holzdeckel hochgemacht und dann ging das quasi, also das war zwischen dem Wohnhaus und der Scheune. Da ist so eine kleine Mistgrube, weil dazwischen war früher mal ein Schweinestall und dann hatten sie noch ein paar Viecher, also halt Rinder. Und in diese Jauchegrube wurde natürlich die Jauche von den Schweinen rein und von den Kühen auch. Aber dann halt auch quasi die menschlichen Hinterlassenschaften. Und irgendwann haben wir natürlich diese Jauchegrube nicht mehr raus, also nicht mehr gelehrt oder so, aber du konntest als Mensch da immer noch reinmachen, weil das war so wenig. Das hatte dann keine Auswirkungen, wenn du das gemacht hast. Aber das haben wir eher so aus erlebnistechnischen Gründen gemacht und weniger aus Notwendigkeit, weil es gab ja schon das andere Klo. Ja, klar. Ja, ist total spannend. Da sieht man mal, dass es alles nicht so lang her ist. Jetzt klingt das alles total lustig und skurril. Man muss aber auch sagen, da ist natürlich auch ein ernster Hintergrund hinter dem Ganzen. Was glaubt ihr denn, wie viel Prozent der Menschheit hat auch heute immer noch keinen Zugang zu einer Toilette? Also ich bin bei sowas immer zu pessimistisch. Ich hätte jetzt gesagt 30 Prozent. Nee, ich glaube, dass es fast sogar mehr sind. Wenn man sich überlegt, irgendwie in Indien wohnen so viele Leute und ich weiß nicht, ob die alle so eine... Also es ist natürlich jetzt die Frage, was da als Toilette definiert wird, aber wenn es jetzt so eine Wassertoilette ist, dann würde ich sagen, dass es mehr sind. Und vielleicht sogar... Wie viel haben dann? Vielleicht 60 Prozent keinen Zugang. 60 Prozent keinen Zugang, meinst du? Ja, also es ist quasi in der Mitte zwischen euch beiden. Es ist fast die Hälfte sind mehr als 40 Prozent. Wir haben eben keine sicheren sanitären Anlagen irgendwo bei sich in der Nähe. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil so können sich halt natürlich in armen Ländern immer noch rasant Krankheiten ausbreiten. Und genau darauf macht halt eben auch jedes Jahr dieser Welttoilettentag aufmerksam. Also das ist jetzt nicht nur ein reiner Spaß-Tag, wie man das von, was weiß ich, vom verlorenen Sockentag oder was weiß ich, was es alles gibt, kennt. Sondern dieser Welttoilettentag wurde 2001 von der Welttoilettenorganisation ausgerufen. Und ist auch inzwischen von den Vereinten Nationen anerkannt. Und auch Hans-Joachim Gregor will eben auf diesen Missstand aufmerksam machen, weil er halt natürlich auch als Paläontologe schon vieles auf der Welt gesehen hat. Wir waren ja über Land in Südindien. Da sehe ich einen tollen Steinbruch. Und habe schon bei den rumliegenden Gesteinen gesehen. Ein Migmatit, also ein Gestein, das aus großer Tiefe kommt, hat mich interessiert. Bin in den Steinbruch rein. Und habe mich gewundert, dass überall bin ich mit meinen Stiefeln praktisch in Scheiße getreten. Und klopfe da mal rum, drehe mich um, steht das Dorf am Eingang des Steinbruchs, starrt mich an, was macht man im Klo. Das war das Klo. Das ganze Feld vor dem Steinbruch war halt einzeln benutzt worden. Und das ist natürlich, ich meine, mich hat es nicht gestört, ich habe meine Stiefel an, bin dann kurz wieder in den nächsten Fluss rein. Aber das ist natürlich ein Herd. Und wenn die dann eine einfache Zentraltoilette hätten, dann wäre schon viel gewonnen. Das erinnert mich gerade an was der O-Ton. Und zwar, ich habe wiederum eine Doku angeguckt über ein Projekt der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung. Und zwar haben die, glaube ich, investieren die Milliarden von Dollar in Toiletten, die so gut wie kein Wasser brauchen, aber trotzdem dieselben hygienischen Standards haben. Weil die nämlich sagen, dass gerade dieses Trockenheitsproblem dafür sorgt, dass halt eine Kanalisation und ein fließendes Wasser aufbauen gerade in sehr trockenen Regionen super schwierig ist. Wir gucken im Nachhinein der Folge, schauen wir dann nochmal, ob wir da was finden und stecken es dann in die Shownotes für euch rein. Genau, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, es gibt natürlich genau solche Hilfsprojekte, die auf genau sowas abzielen, weil es eben, wie du sagst, in trockenen Gegenden schwierig ist mit Kanalisation. Und in Indien ist es auch so, meinte Hans-Joachim Gregor, weil seine Frau kommt aus Indien, hat er gemeint. Und die hat gesagt, dass wenn da Leute auf dem Feld stehen, also einige knien auch, aber wenn auch stehen, auch Frauen mit ihren Rücken, dass man die dann nicht ansprechen sollte, weil die dann wohl gerade beim Pinkeln sind. Es gibt halt einfach noch Regionen, wo es einfach keine Klos gibt und wo man einfach aufs Feld immer noch macht, wie bei uns vor vielen Jahren. Das ist halt der ernste Hintergrund hinter dem Klo-Museum und um den geht es Hans-Joachim Gregor schon auch, wenn er da sein Klo-Museum jedes Jahr am Welttoilettentag aufmacht. Wir haben das letzte Mal von neun bis vier Uhr gehabt, wobei es erstaunlich war, die ersten kamen schon um halb neun und die letzten gingen nach fünf Uhr. Also das Interesse war da, wir hatten an dem Tag fast hundert Leute. Ich war ganz erstaunt. Und ich hatte also nette Bekanntschaften auf die Weise, die gesagt haben, ich habe daheim ein Bild von dem und dem und dem, das stelle ich ihnen zur Verfügung. Auch Kollegen von mir, die hier in der Gegend wohnen, haben sich schon mal privat zwischenrein angemeldet und sind dann mit dem einen mit dem Sohn gekommen zum Beispiel. Man diskutiert ja auch dann, wenn der zum Beispiel auch viel unterwegs war in Island und so, der sagt, da nimmt man halt Schnee und bei den Eskimos genauso. Und da kriegt man doch wieder Tipps ab. Also Save the Date, 19. November ist wieder Welttoilettentag. Da könnt ihr dann auf jeden Fall bei Hans-Joachim Gregor mal aufs Klo gehen. Es ist ja auch die Frage, wir haben jetzt viel über die Geschichte des Klos gehört, wo sich auch das Klo in Zukunft dann hin bewegt. Weil ich war vor kurzem ja in Japan. Und Japan ist ja bekannt dafür, dass da die Toiletten nochmal einen ganz anderen Stellenwert, sag ich jetzt mal, haben als hier in Deutschland. Wo das ja so ist, dass dann die Klobrille, die wird ja beheizt. Man kann dann die Wassertaste drücken, dann kommt so eine Wasserfontäne von unten und man braucht eigentlich das Klopapier nur noch, um sich trocken zu machen von dem Wasser. Aber die Reinigung erfolgt übers Wasser. Ja, und es soll ja auch tatsächlich hygienischer und gesünder sein mit Wasser. Also mit Klopapier ist eigentlich auch Blödsinn, weil man sich ja auch nur wund reibt. Und man verteilt es eigentlich nur auf der Fläche, oder? Genau, also Wasser ist eigentlich viel vernünftiger. Also es ist auch echt interessant, dass sich das nie durchgesetzt hat bei uns. Vor allem, da habe ich ein kleines Anekdötchen zu erzählen, wo ich mich mal ziemlich blamiert habe. Und zwar war ich in Südspanien und da ist ja das BD sehr verbreitet. Ich glaube, das gibt es hauptsächlich in Italien und in Spanien. Also dieses kleine, was ja genau dafür gedacht ist, dieses kleine Mini-Waschbecken neben dem Klo, wo man sich ja draufsetzen kann und dann kannst du das warme Wasser anmachen und dann machst du das ja weg. So, ich wusste aber nicht, dass das das ist und hatte keine Ahnung, weil du bist natürlich, wenn du aufs Klo gehst, irgendwie so einen mitteleuropäischen Standard-Klogang gewohnt. Und ich dachte lange Zeit, dass das eine Badewanne für Babys ist. Ich dachte, dass das viel einfacher ist, die irgendwie reinzulegen und keine Ahnung was. Oder dass die halt nicht irgendwie, keine Ahnung, ausrutschen, was weiß ich. Ich dachte, das ist eine Säuglingsbadewanne. Ich glaube wirklich, bis ich 20 war, dachte ich, dass das eine Säuglingsbadewanne ist. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, in 100 Jahren wäre ich nicht auf die Idee gekommen, hätte mir das nicht mal jemand gesagt. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich da drüber zu stellen und dieses BD auszunutzen, so wie es gedacht ist. Niemals. Und du dachtest immer, die im Süden sind so wahnsinnig kinderlieb, dass sie überall extra Säuglingsbadewanne einbauen. Zum BD muss ich aber auch nochmal ganz kurz ergänzen, weil ich wusste tatsächlich auch nicht, dass das dafür gedacht ist. Ich dachte lange Zeit nicht, dass es dafür da ist, um Babys zu waschen. Aber ich dachte, dass man da seine Füße wäscht. Ey, tatsächlich, genau das dachte ich auch immer. Ja, ich habe es auch für eine Fusch-Waschanlage gehalten, tatsächlich. Ich habe total viele Klo-Erlebnisse, die mir echt im Gedächtnis geblieben sind. Auch zum Beispiel vom Ort her, vom Gefühl her. Ich war im vergangenen Jahr mit einem Kumpel, waren wir auf einer Kanutour in Schweden. Also von Insel zu Insel gefahren, mehrere Tage immer auf dem Kanu. Und da gibt es manche sogenannte Shelter und da kannst du hingehen. Also du kämpfst da immer wild, aber das sind quasi wie so kleine Verschläge, wo Feuerholz drin ist und es gibt auch welche mit Plumpsklos. Also mit so kleinen Klos und die sind teilweise mitten im Wald aufgebaut. Und wir hatten eine Insel, eine kleine Insel, die war mitten im See. Da war nichts drauf, außer dieser Shelter. Und dann bist du reingegangen und dann bist du in den Wald reingegangen und das war so eine Mischung aus Birkenwald und Kiefernwald. Und in der Mitte stand da einfach so ein Holz-Plumpsklo. Nebendran Moos und noch ein paar Reisige und keine Ahnung was. Das war der erste Abend von dieser Reis, also der erste Abend mit in die Wildnis reinkacken. Ich habe mich echt ein bisschen unwohl gefühlt, weil das auf einmal hat mich total ausgeliefert gefühlt. Ich sitze auf diesem Klo mitten im Wald. Es gibt quasi gar nichts außenrum. Du hörst Biber, du hörst keine Ahnung, Vögel. Sonst ist da nichts, ja. Und dann geht aber die Sonne unter und du siehst dann einfach, also es war schon super spät, aber du siehst dann einfach, wie dieses Sonnenlicht so durch den Wald durchschimmert und es ist so ein bisschen dampffähig, weil der Waldboden schon so feucht ist. Und dann riechst du diese Waldgerüche und dann sitzt du da und lässt einfach Genüssigkeit ab. Ich kann es mir tatsächlich richtig gut vorstellen. Wenn man so im idyllischen schwedischen Wald irgendwo sitzt, kann ja eigentlich nichts Schöneres geben. Da braucht man keine luxuriöse Schüssel mit Heizung. Ich glaube, ich habe noch ein Bild von dieser wunderschönen Toilette. Das können wir auch in die Show-Notes reinmachen. Aber ist das dann so, dass ihr das dann auch zu zweit macht? Also einer guckt den anderen an und dann wird das Geschäft verrichtet. Weil ich kenne das... Wie? Ja, ja, sicherheitshalber. Weil bei Hunden ist das so, habe ich mal gelesen. Wenn Hunde jetzt mit Pärchen oder Frauchen unterwegs sind, dann gucken die oft das Pärchen oder Frauchen an und erwarten ja quasi, dass die auch gleichzeitig in die andere Richtung kommen, ob da nicht irgendwie ein Feind ist oder so, während die kacken. Versteht ihr das? Ich könnte mir schon gut vorstellen, ich könnte mir sehr gut vorstellen, hätte ich gewusst, dass quasi mein Kumpel 100 Meter hinter mir einfach steht und ein bisschen so in die andere Richtung guckt, wäre das Gefühl, glaube ich, nicht so mulmig gewesen. Das Gefühl, da zu sitzen und nur einen gewissen Blick zu haben, weil sonst müsste er sich umdrehen und so, war schon bedrohlich. Du hast immer noch nicht gesagt, Ralf, was du jetzt für ein Typ bist. Du bist der Typ, du nimmst nur ein Blatt wahrscheinlich. Ja, lieber Manuel, vielen Dank für diese tolle Geschichte über das Klo-Museum in München. Sehr gerne. Bei München, genau. Bei München. Ja, ich habe viel gelernt. Total spannende Geschichte. Ja, ich finde es auch total wichtig, dass wir jetzt über diese Geschichte erzählen, weil ja tatsächlich Klo irgendwie noch so ein Tabuthema ist. Und wir müssen das aus der Tabuzone hieven. Das haben wir, glaube ich, hiermit wirklich gemacht. Ja, also vielleicht noch ein letztes. Ich glaube, was mir bei Klos immer total unangenehm ist, und es ist halt nicht total weird, wenn man mich hört. Und das würde mich mal interessieren, warum ist das so schambehaftet? Weil ich meine, jeder Mensch macht das. Und bei jedem Menschen macht es mal keine Geräusche, dann macht es kaum Geräusche und dann macht es halt sehr viele Geräusche. Aber das ist ja, was sich jeder eigentlich tagtäglich hineinversetzen kann. Und trotzdem ist das teilweise super unangenehm. Das wäre auch nochmal eine Frage, die wir vielleicht nochmal der Wissenschaft irgendwann mal stellen müssten. Sollten wir nochmal ein anderes Fäkalienmuseum porträtieren, warum das so ist? Manuel, vielen lieben Dank für deinen Besuch im Klo-Museum in Euching, bei München. War ja wirklich sehr, sehr spannend und auch sehr interessant tatsächlich. Also jetzt nicht nur, ha, 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 wir machen irgendwie Fäkalhumor. Da war schon auch viel dabei, muss man sagen. Aber es ist halt einfach ein Grundbedürfnis, auf Toilette gehen zu können. Und gleichzeitig ist es ja auch ein Gesundheitsthema. Ja, klar. Betrifft jeden. Super wichtig auf jeden Fall. Jetzt würde mich noch interessieren, was euch in der nächsten Folge, was uns da alle erwartet als Hörer? Ja, auch mich würde das interessieren. Und Ralf, du warst ja unterwegs. Ja, ich war unterwegs. Und ich habe es eigentlich schon in der letzten Folge angekündigt. Es verschlägt mich in ein sehr ungewöhnliches Museum, das aber größer ist als das Klo-Museum. Das kann ich schon mal verraten. Das aber mit dem Begriff Museum anders umgeht, als man es jetzt sonst zu vermuten würde. Und wohin hat es sich verschlagen? Nach Berlin. Vielen Dank euch Zuhörenden für diese Folge. Wie immer wissen wir natürlich über sämtliche Fünf-Sterne-Bewertungen, Weiterempfehlungen, Mundpropaganda und alles, was dazugehört, sehr dankbar. Und vor allem haben wir auch einen Steady-Account, denn wir betreiben, bitte nicht anfassen, komplett unentgeltlich, just for fun. Und weil wir natürlich Lust auf kleine, skurrile Museen haben. Das heißt, wenn ihr uns da vielleicht ein bisschen bei den Spritkosten unterstützen wollt oder ähnliches, würden wir uns sehr drüber freuen.